Liebe Männer mit Herz, die Folge ist ganz wichtig für dich. Denn in dieser Folge werden wir über Authentizität sprechen, wir werden über Ehrlichkeit sprechen und wir werden über die größte Lüge sprechen, die du dir wahrscheinlich jeden Tag selber sagst, die dazu führt, dass es mit Frauen einfach nicht vorwärts geht. Es ist ganz wichtig, dass du hier einmal einen ehrlichen Blick auf dich selber wirfst. Es wird vielleicht auch ein bisschen persönlich werden, auch wenn wir uns nicht kennen, kenne ich genügend Männer wie dich bei uns im Coaching und durch meine Jahre an Coaching-Erfahrung. Also bitte nimm das dir zu Herzen, wenn du dich als Mann mit Herz siehst und hoffentlich wirst du dieselbe Erkenntnis haben, die zum Beispiel bei uns der Mike hatte, der ebenfalls am Anfang sehr damit gestruggelt hat mit diesem Problem und jetzt in einer glücklichen Beziehung ist seit einigen Jahren. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst und entlang der Reise wunderschöne Kapitel und Geschichten zu schreiben. Und mit dabei unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik van Avel. Yes. Authentizität, das Wort, was kaum jemand aussprechen kann, auch ich nicht, ist ein sehr wichtiger Begriff für genau dein Selbstbewusstsein. Es ist ein Ding, in das wir jetzt hier eintauchen, weil wir haben oft eine falsche Vorstellung davon, wer wir eigentlich sind, wie wir authentisch sind. Und das ist, wie Andy schon gesagt hat, die größte Lüge, die wir uns selber erzählen, die so ein großer Hebel für unseren Erfolg bei Frauen ist oder dementsprechend nicht Erfolg bei Frauen. Noch habe ich das nicht gesagt. Du hast wohl schon in die Zukunft geschaut, Dominik. Oh ja. Ja, aber im Hauptteil werde ich das gleich sagen. Also, herzlich willkommen. Ein Beispiel aus unserem Coaching. Nehmen wir an, du bist in einer Situation mit uns und wir geben dir einen kleinen Stupser, auf jemanden zuzugehen und ihn ein Kompliment zu machen. Wenn du dir jetzt als erstes Gedanken machst, boah, was soll ich ihr denn überhaupt sagen? Was ist denn das Richtige in so einer Situation? Und, Moment mal, ich muss sie mir doch erst mal anschauen. Für was sollte ich denn überhaupt ein Kompliment geben? Ich will ja, dass das Kompliment von Herzen kommt. Dann hast du dich in diesem Zeitpunkt schon in einer Gedankenspirale begeben, fallen lassen, die nicht hilfreich ist für unsere Mission. Was ist unsere Mission? Was ist unsere Mission, mein Lieber? Warum sind wir hier? Sind wir hier, um mehr zu bekommen? Um mehr das zu kriegen, was wir wollen? Oder sind wir hier, um einen Beitrag zu leisten? Um was Gutes zu tun? Um für die Welt ein klein bisschen mehr Friede, Liebe, Zuversicht, Hoffnung zu sorgen? Wir sind nicht hier, weil wir gute Reaktionen von Frauen brauchen. Wir sind nicht hier, weil wir unbedingt die eine rumkriegen müssen oder die andere erobern müssen. Und weil wir nicht dastehen wollen, wie irgendjemand, der bei Frauen nicht gut ankommt. Dafür sind wir alles nicht geboren worden. Okay? Es ist viel größer als das. Unsere Mission ist das, was uns wirklich antreibt. Unsere Mission ist immer etwas, was tiefliegend für andere Menschen gut ist. Wenn wir eine egoistische Mission hätten, dann würde es uns einfach nicht weit bringen, weil wir leben in einem sozialen Geflecht und andere Menschen brauchen uns. Wir brauchen andere Menschen. Das heißt, unsere Mission muss immer mit unserem Beitrag für andere zu tun haben. Von welcher Mission spreche ich hier? Ich spreche hier von der ganz grundlegenden Mission, mehr Liebe zu verteilen. Aus diesem Ganzen, links und rechts und oben und unten und Leute bashen sich die Köpfe ein und verstehen sich nicht mehr und die Extreme werden immer größer. Ein bisschen dazu beizutragen, dass wir alle wieder ein paar Schritte aufeinander zugehen und einander vertrauen können und vielleicht so die Richtige fürs Leben finden und sie den Richtigen fürs Leben findet. Das heißt nicht, dass bei der ersten Person, mit der du redest, dann diese krasse Verbindung auf einmal da sein muss und ihr euch dann gefunden habt. Eben nicht. Es bedeutet einfach grundlegend mehr Saaten zu setzen, positive Saaten, die dann irgendwann sprießen. Und dann, mein Lieber, dann können wir natürlich auch Blumen pflücken. Aber erstmal müssen wir Saaten setzen und diese kleinen Saaten der Liebe sind solche Komplimente. Und wenn ich dir sage, ist die nicht wunderschön? Ja, ist schon. Ja, wow. Geh doch mal hin und sag es ihr. Und du in dem Moment dann all diese, was könnte ich falsch machen und was muss ich richtig machen, Gedanken kommst. Soll ich dir nachsagen. Ja, das ist ein Problem, mein Lieber. Das ist ein Problem, weil du das Wesentliche in dem Moment vergessen hast. Und wir wollen in dieser Folge nämlich über dieses Problem sprechen. Das Problem ist nämlich etwas, was du wahrscheinlich gar nicht als Problem wahrnimmst. Du denkst nämlich, wahrscheinlich ist es sogar deine Stärke. Wovon ich spreche, ist dein Anspruch an Authentizität. Dein Anspruch an Ehrlichkeit. Und ich möchte dich einmal einladen, heute in dieser Folge einen wirklich ehrlichen und mutigen Blick auf dich selber zu werfen und dich zu hinterfragen. Ist das denn wirklich ehrlich? Ist das denn wirklich authentisch, was ich von mir selber erwarte? Oder nutze ich Authentizität und vermeintliche Ehrlichkeit als Schutzschild, um mich Dingen nicht zu trauen, die eigentlich nötig wären, um zu wachsen? Die eigentlich nötig wären, wenn ich wirklich ehrlich wäre. So, warum sage ich das? Das sage ich, weil ich das viel zu oft gesehen habe, viel zu häufig gesehen habe, dass Männer in genau solchen Situationen und noch vielen anderen Situationen dann nicht in die Aktion, in die Handlung kommen und sie verkopfen. Und sie verkopfen, weil sie es richtig machen wollen, weil sie es perfekt machen wollen. Und weil sie sich sagen, ich muss doch einer Frau ein sehr spezifisches Kompliment machen, damit es gut ankommt. Weil anders wäre es ja gelogen, anders wäre es inauthentisch, anders wäre ich ja nicht ehrlich. Aber was ist wichtiger? Ist es wichtiger, dass wir ein bisschen mehr Freude in der Welt verteilen? Oder ist es wichtig, dass wir akkurat sind? Für dieses Szenario, was ist dabei wichtiger? In anderen Szenarien kann es gut sein, dass deine Präzision dir sehr zugute kommt. Vielleicht bist du Ingenieur und deine Arbeit ist Präzision sehr wichtig. Aber das hier ist keine technische Herausforderung. Das hier ist eine Herausforderung des Herzens. Und da bringt dir die Präzision wenig. Da hilft es dir viel mehr, dich aufs Gefühl einzulassen und dort auch in Vorleistung zu gehen. Und das machen so wenige, in Vorleistung gehen. Und klar, warum sollten wir in emotionale Vorleistung gehen, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass wenn wir jemandem unsere Gefühle gestehen, dass wir dann einen Korb bekommen. Oder wenn wir zu freundlich, in Anführungsstrichen, sind, dass wir dann in die Freundschaftsschublade gesteckt werden. Ja, dann haben wir irgendwann die Sorge, dass wir nicht mehr in emotionale Vorleistung gehen können, weil ansonsten werden wir ausgenutzt oder lächerlich gemacht. Aber genau das ist ja der Unterschied zwischen dem Mann, der super leichtherzig und frei mit Frauen flirten kann und sie eben auch erobern kann und so auch die Richtige finden kann entlang der Reise und dem Mann, der sich mit ganz viel Vorsicht und Perfektionismus und Zurückhaltung selber die Beine absägt. Das ist der Unterschied. Das ist diese emotionale Vorleistung. Weil wenn ich jemanden sehe, der mich irgendwie begeistert und ich weiß, dieser Mensch merkt das gerade selber nicht und ich könnte diesem Menschen damit eine Freude machen, völlig egal, ob Mann oder Frau, Pärchen oder Single, dann nicht immer, aber immer öfter weiß ich, es liegt genau an mir, jetzt hinzugehen und ihr einen schöneren Tag zu bereiten. Und dabei ist es nicht wichtig, dass ich die richtigen Worte finde, es ist einfach nur wichtig, dass ich die richtige Energie habe. Es ist wichtig, dass ich die richtige Intention habe. Und dabei kannst du Dinge sagen, die vielleicht extrem zutreffend sind und vielleicht Dinge, die eher oberflächlich klingen. Du hast eine super schöne Ausstrahlung. Es ist okay, jemandem etwas zu sagen, was du dir nicht hundertprozentig überlegt hast, solange die Intention stimmt. Und wie oft war ich oder du auch, Dominik, schon in der Situation und wie oft haben wir es bei unseren Teilnehmern gesehen, dass sie einer Frau ein Kompliment gemacht haben, die total traurig reingeschaut hat und direkt danach ist sie aufgeblüht wie noch was. Und zwar ein Unterschied wie von Tag zu Nacht, Entschuldigung, von Nacht zu Tag, von drei Tage Regenwetter zu drei Tage Sonnenschein, weil du in emotionale Vorleistung gegangen bist, weil du ihr gesagt hast, du bist mega sympathisch, wenn du lächelst. Und dann sagt sie, was? Und auf einmal fängt sie an zu strahlen. Dieses Gefühl, was du ausgelöst hast, ja, das ist unbeschreiblich. Statt diesem Lach doch mal, was halt dann kein Kompliment ist, sondern du willst ja dann etwas von dir, du willst dann etwas nehmen, also anstatt halt diese, einmal gehst du halt nicht in die Vorleistung, sondern du bist in der Nehmermentalität, anstattdessen gehst du in die Gebermentalität und verteilst das, was du haben möchtest. Und das ist ja eben genau dieser Trugschluss, den wir haben. Das ist eine Lüge, die wir glauben, dass wir von außen irgendwas haben brauchen, haben müssen, dass wir von außen in irgendeiner Form Liebe, Glück empfangen können. Aber das ist die größte Illusion, mit der wir aufgewachsen sind. Und das Ding ist, dass du das alles schon in dir hast. Und es gibt den alten Spruch, gebe, was du willst. Ja, genau. Und damit ist halt nicht gemeint so, okay, ich gebe halt, was ich möchte, was ich halt hier so abgeben kann. Das ist damit nicht gemeint, sondern du gibst, was du bekommen möchtest. Das ist Unabhängigkeit. Ja. Wenn du dich einsam fühlst, dann geh doch mal raus und lächle mal ein paar Leute an. Fühl mal ein paar Gespräche. Du fühlst dich danach nicht mehr einsam. Und vor allem die Leute, mit denen du Gespräche fühlst, fühlen sich auch besser. Wenn du nur noch 5 Euro hast, dann tausch diese 5 Euro, diesen 5-Euro-Scheinen, 5 1-Euro-Stücke um und gib jedem Menschen 1 Euro, der es nötiger hat als du. Du wirst sehen, wie schnell du dich reich fühlst dadurch. Du wirst so schnell sehen, dass du eigentlich schon alles in dir hast. Alles Glück, alle Liebe, die du brauchst. Und wenn du halt dich nicht dafür entscheidest. Und ja, wir reden über Liebe. Das sind Dating-Coaches und die reden über Liebe. Was ist das denn? Es geht doch darum, dass wir Frauen aufreißen. Und wenn du halt schon so denkst, dann bist du halt in der Nehmer-Mentalität. Es ist ein Gemeinsam. Wir sitzen alle im selben Boot. Und von mir aus ist dieses Boot der Planet. Wie klar willst du es denn noch haben, dass wir alle im selben Boot sitzen? Jeder Mensch da draußen möchte einfach nur ein ganz normales, ruhiges Leben führen. Ein Leben führen, wo er einfach in Ruhe gelassen wird, alles hat. Und einfach in irgendeiner Form zufrieden ist. Wir haben alle das gleiche Ziel. Und davon auszugehen, dass dir irgendjemand etwas wegnimmt, wenn er mehr Glück hat oder wenn er mehr, also Zufriedenheit im Sinne von Glück hat, mehr Liebe hat. Wenn er jetzt plötzlich mit dieser Frau zusammen ist, die du ganz toll findest, dass er dir dadurch in irgendeiner Form irgendetwas wegnehmen kann, ist die größte Illusion. Das ist alles eine Message für dich, dass wenn du halt so fixiert bist, darauf dann zum Beispiel diese eine Frau zu bekommen, dass du vielleicht eher im Mangel denkst, statt im Überfluss. Und wenn wir halt im Mangel denken, dann kommt sehr schnell der Gedanke von Angst. Mangel im Sinne von, da draußen gibt es halt nur einen Kuchen, also du bist auf einer Party eingeladen zum Beispiel und auf dieser Party gibt es halt, du willst unbedingt ein Stück Kuchen haben. Es gibt richtig geile Schokotorte. Und du willst gerne so ein Stück Schokotorte haben. Es kommt so ein bisschen später und du siehst, es ist nur noch so ein Drittel, ein Drittel von dieser Schokotorte da. Und dann siehst du den Matthias, der gerade zur Schokotorte geht und du weißt, dass Matthias richtig, richtig gerne Schokotorte isst. Und du siehst, wie er sich von diesem letzten Drittel nochmal 90 Prozent abschneidet. Und du wirst wütend, weil du Angst hast, dass für dich nicht mehr genug Schokotorte überbleibt. Und dann willst du schneller laufen, damit niemand anderes die letzten 10 Prozent Schokotorte nimmt. Das ist alles Angst. Angst aufgrund von, dass dir irgendjemand etwas wegnehmen kann. Aber jetzt ist glücklicherweise nicht die Welt so, dass es da draußen halt nur diese eine Schokotorte gibt. Sondern du bekommst genau das, was du aussendest. Du bekommst genau das, was du haben möchtest. Deswegen gib, was du haben möchtest. Gib, was du willst. Wenn du dich einsam fühlst, nochmal. Wenn du dich einsam fühlst, gib Liebe, gib Gespräche, gib Zweisamkeit. Verteil das auf andere Menschen und du wirst merken, dass das alles schon in dir gesteckt hat. Es ist so einfach. Wenn wir sagen, es ist so einfach, wir meinen nicht, ja, es ist so einfach, genauso bekommst du eine Freundin innerhalb von zwei Tagen. Sondern es ist so einfach, diesen Schritt zu gehen, der dafür sorgt, dass du weitere Schritte gehen kannst. Das ist der Unterschied zwischen verkopft sein, blockiert sein und im Fluss sein, im Flow sein. Es ist eben dieses, ich kann keinen weiteren Schritt gehen. Dieses Gefühl von blockiert zu sein, ich kann keinen weiteren Schritt gehen. Und wenn du in der Überflussmentalität, wenn du in der emotionalen Unabhängigkeit bist, also wenn du frei bist, das zu tun, wozu sich andere nicht trauen, was aber gleichzeitig ein Beitrag für andere ist, weil du etwas Gutes tust, etwas Schönes in der Welt erschaffst, dann spürst du auf einmal ein Gefühl von Unabhängigkeit und von Güte und Stärke, was einen so krassen Unterschied macht zu diesem blockiert sein. Es ist wirklich so, als ob jemand gerade den Lichtschalter angemacht hat und du zum ersten Mal überhaupt sehen kannst, was alles möglich ist. Weil nur in diesem Zustand, und dieser Zustand ist eine Entscheidung, nur in diesem Zustand können wir die richtigen Schritte gehen. Die richtigen Schritte im blockierten Zustand kriegen wir einfach nicht hin. Also es ist der erste Schritt, sich zu dieser Unabhängigkeit zu entscheiden und zu dieser Liebe. Und in puncto Authentizität, da ist es einfach so wichtig, dass wir aufhören, diesen Anspruch an perfekter Authentizität an den Tag zu legen. Perfekte Authentizität gibt es nicht. Keiner von uns ist immer authentisch. Und wenn wir wirklich authentisch wären, dann müssten wir auch ehrlich sein mit unserer Doppelmoral. Denn ganz ehrlich, jeder von uns hat eine riesige Doppelmoral, wenn es um Ehrlichkeit und Authentizität geht. Wir sind super, super, super inauthentisch, wenn es um passive Authentizität geht. Passive Authentizität ist zum Beispiel, wenn du auf der Straße läufst und ein Obdachloser fragt dich nach Geld. Und du sagst, ach, ich habe gerade kein Geld bei mir, ich habe kein Cash bei mir. Passive Inauthentizität. Weil vielleicht hast du ja Geld bei dir, aber du hast ihn angelogen. Du warst nicht authentisch. Warum? Weil du von außen einen Reiz bekommen hast und wir waren dann passiv inauthentisch. Nee, 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 ich habe kein Geld dabei. Oder du sprichst mit einer Frau. Weil du gelernt hast, ganz kurz, ich muss mich da gerade reingritschen, weil es nämlich, glaube ich, für den nächsten Punkt einfach nochmal das klarer macht. Weil du in irgendeiner Form gelernt hast, dass wenn du den Bettlern, Obdachlosen, was auch immer, sagst, dass du ja gerne irgendwie mit ihnen sprechen möchtest, aber jetzt gerade geht es nicht, also sprechen möchtest, also ihnen Geld geben möchtest, aber jetzt gerade geht es nicht, weil du gerade nichts dabei hast. Was sollst du machen? Dir sind die Hände gebunden. Irgendeine Macht ist dafür verantwortlich, dass du das jetzt gerade nicht machen kannst. Vielleicht erinnert dich das daran, wie Frauen darauf reagieren, wenn du sie ansprichst, weil sie in irgendeiner Form gelernt haben, dass ständig irgendwelche, in Anführungszeichen, Bettler kommen und etwas von ihr haben möchten. Daher reagieren sie dann natürlich abweisend. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, auf den du gerade eingehen wolltest. Nee, aber der ist auch total wahr. Da stecken ja so viele Wahrheiten in diesen Erfahrungen, die du nur sammelst, wenn du dich auf den Weg begibst. Und eine weitere Wahrheit ist diese Inauthentizität, die wir an den Tag legen, wenn wir zum Beispiel mit einer Frau sprechen. Und wir haben eigentlich, eigentlich sehen wir sie nicht als nur gute Freundin. Wir sehen sie als jemand, mit dem wir gerne auf ein Date gehen würden, mit dem wir gerne intimere Schritte gehen würden, wo wir schauen möchten, wohin die Reise uns hinbringt und da natürlich offen sind, aber gleichzeitig auch nicht nur Freunde sein wollen. Und wir kriegen es nicht hin, das auszusprechen. Wir kriegen es nicht hin, unser sexuelles Interesse so zu kommunizieren, dass es ankommt und dass wir auch diese Schritte gehen können. Das machen wir dann nicht. Da ist es aber auf einmal okay, dass wir inauthentisch sind. Und warum ist es dann okay für dich, inauthentisch zu sein? Warum ist es okay für dich, inauthentisch zu sein, wenn du von einem Bettler angefragt wirst, ob du Geld dabei hast? Warum ist es immer okay für dich, wenn du, sagen wir mal, abends ausgehst und dann kommt jemand und will eurer Freundesgruppe Rosen schenken, also Rosen verkaufen. Und dann sagst du auch, nee, 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 heute Abend nicht, heute Abend nicht. Heute Abend nicht? Willst du es denn morgen kaufen? Das ist doch auch gelogen. Es ist inauthentisch. Aber warum ist es in all diesen Situationen okay, inauthentisch zu sein? Situationen, in denen du passiv bist, also in denen du von außen einen Reiz bekommst und du eigentlich darauf reagieren darfst. Aber wenn es auf einmal darum geht, dass du aktiv etwas machst, dass du nach vorne gehst und aktiv inauthentisch sein sollst, dann sagst du, nee, 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 aktiv inauthentisch, das mache ich nicht. Warum? Du bist doch den ganzen Tag lang schon passiv inauthentisch. Sei doch auch mal aktiv inauthentisch, aber zu einem guten Zweck. Nicht zu einem egoistischen Zweck, wie du es davor die ganze Zeit warst, weil du irgendwie dein Gesicht wahren wolltest, sondern aus einem guten Zweck, weil du mehr Liebe verteilen willst. Also sei doch mal aktiv inauthentisch und sag dieser Frau... Und weil du wachsen möchtest. Ja, sag dieser Frau doch einfach mal, du hast eine mega schöne Ausstrahlung, echt, mega krass, wollte ich dir nur mal sagen. Und dann sieh, wie sie strahlt und verabschiede dich und geh wieder. Schau dir das doch mal an, auch wenn sie gerade nicht gestrahlt hat, auch wenn du gerade nicht ihre Ausstrahlung gesehen hast, aber du spürst, dass es ein Geschenk für sie wäre und deswegen hat es eine krasse Kraft. Und dann bist du aktiv in diesem Moment für etwas Gutes, deine Intention ist wahrhaftig gut und für einen kleinen Augenblick warst du inauthentisch. Was aber dazu geführt hat, weil du diesen Vertrauensvorschuss gegeben hast, dass sie danach angefangen hat zu strahlen. Ist das nicht krass? Sie fängt an zu strahlen und diese Ausstrahlung ist dann wirklich mega schön, aber sie hätte nicht gestrahlt, wenn du ihr das nicht im Vorhinein schon gesagt hättest. Also lass uns doch bitte aufhören mit dieser Doppelmoral, dass wir sagen, nein, ich muss unbedingt immer authentisch sein, wenn du gerade auf dem Klo warst und du nicht allen Leuten am Tisch erzählst, ja übrigens, ich hatte gerade Dünnpfiff, nee, das machst du nicht, dann bist du auch inauthentisch oder was. Also bitte, lass uns doch mal ein bisschen den Ball flach halten, zugeben und ehrlich damit sein, dass wir Menschen sind, dass wir nicht immer ehrlich und nicht immer authentisch sind, aber wenn wir schon inauthentisch sind, wie wäre es, wenn wir das dann zu einem guten Zweck machen? Wie wäre es, wenn wir wieder die Kontrolle an uns reißen von dem, was wir tun und dass wir wenigstens ein bisschen in unserem Kreis an Auswirkungen, den wir haben auf unsere Umwelt, dort unsere Schwächen, die Inauthentizität, wenigstens für etwas Gutes nutzen? Ich kann das wirklich nicht verstehen, diesen unehrlichen Anspruch an Authentizität, wenn wir unser ganzes Leben lang in tausend anderen Situationen am Tag inauthentisch sind. Warum sollten wir dann wirklich in dem Moment, wo es darauf ankommt, wo wir etwas Gutes tun könnten, dann auf einmal wollen wir authentisch sein und sagen, nee, 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 ich fühle es gerade noch nicht. Was ist das nur für ein Nonsens damit? Das ist eine pure Selbstsabotage. Du schneidest dir die eigenen Beine ab, weil du fühlst es noch nicht. Ja, dann wirst du es auch nicht fühlen. Du gehst nicht in Vorleistung. Du bist wie ein Hamster, der unbedingt diese zwei, drei Nüsse für sich behalten will und dann, wenn der richtige Moment kommt, wenn Winter eingetreten ist, dann hast du noch was zum Essen. Das ist doch Quatsch, mein Lieber. Es gibt keine Nüsse. Der Winter kommt nicht. Liebe ist immer da, wenn du nach ihr greifst, dann wirst du sie aber nicht bekommen. Wenn du sie gibst, dann kommt sie auch zu dir zurück. Nicht immer, aber wenn du dem Prozess vertraust, dann immer öfter. Und das ist ein Riesenunterschied, wo die meisten einfach es nicht checken. Ja, Dominik, ich habe dich gerade unterbrochen. Ja, das ganze Ding mit der bewussten Inauthentizität, das kennst du auch unter dem Begriff Komfortzone. Wer weit ist deine Komfortzone? Du bist in diesem Moment inauthentisch. Du bist in diesem Moment inkomfortabel, unkomfortabel vielmehr. Du bist unkomfortabel und wir müssen unauthentisch sein, um zu wachsen an dieser Stelle. Ja, richtig. Wie Andi schon sagt, wenn du sagst, du bist halt der Authentische, du möchtest halt gerne authentisch sein, so dieses Kompliment, was ich ihr geben würde, so ich finde vielleicht ihr Kleid gar nicht so besonders oder ich finde jetzt irgendwie nichts an ihr besonders irgendwie anzusprechen und deswegen mache ich das nicht, dann belügst du dich, wie Andi schon gesagt hat. Und die Frage ist halt so, was ist die eigentliche Lüge dahinter? Ist die Lüge, dass du nichts findest und du würdest lügen, wenn du das aussprechen würdest? Oder ist die Lüge eher nach innen gerichtet? Im Sinne von, ja, ich belüge mich selber, dass ich gerade irgendwie nichts finde. Ich belüge mich selber gerade, dass ich irgendwie, dass gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Das sind alles Ausreden. Und diese Ausreden, die fühlen sich am Ende, dann wenn die Situation vorbei ist, am Ende des Tages, wenn du abends im Bett liegst, dann fühlt sich das scheiße an. Dann bereust du das. Darüber haben wir auch schon mal mehrere auch Episoden gemacht, über genau dieses Bereuen und Disziplin, jetzt auch die letzten Episoden. Also das, wir müssen, und ich benutze mal gerade den Satz, den du vielleicht kennst. Fake it till you make it. Ja. Wir müssen die Dinge, also, weil das ist halt so eine, das hat so eine negative Konnotation. Fake it till you make it. Also irgendwie etwas zu spielen, bis wir dann diese Person sind. Aber, was halt so viele falsch verstehen, also dieser Ansatz ist gut. Der funktioniert, hundertprozentig. Was so viele aber falsch verstehen, ist, dass wir das irgendwie auf der Außenebene machen sollen, in der Außenwelt machen sollen. Und das machen halt viele falsch. Also, da mieten die sich, da mietet sich irgendein Influencer für zwei Stunden Ferrari, damit er sich dann mit ihm fotografieren lassen kann und dann denkt, also, und dann so tun kann, als ob er der Hengst ist. Das funktioniert halt nicht. So, das durchschauen Menschen, früher oder später. Aber fake it till you make it, auf Mindset-Ebene, auf innerer Ebene, das funktioniert. Weil für dein Unterbewusstsein macht es keinen Unterschied, ob du eine Sache gerade erlebst oder ob du dir einfach nur intensiv vorstellst, dass du diese Sache erlebst. Es ist kein Unterschied, weil dein Unterbewusstsein sitzt in einer Blackbox. Das hat keine Augen. Es bekommt den Live-Feed von deinen Augen nochmal gefiltert durch deine Interpretation. Wenn jetzt du aber, zum Beispiel, deswegen sprechen wir auch so oft von selbstwertförderlicher Interpretation. Ja. Ja, wenn du das oft genug machst, dann wirst du spüren. Und mit oft genug ist nicht irgendwie jahrelang gemeint. So, mach das mal zehnmal. So, geh mal heute raus und interpretier alles für dich. Alles selbstwertförderlich. Alles, was passiert. Jedes Mal, wenn eine Frau dich nicht anschaut. Keine Ahnung, wenn eine Frau irgendwie sagt, ich habe einen Freund oder so. Also, all das interpretiert das selbstwertförderlich. Was an dieser Situation ist gerade, sagt gerade, dass du schon jetzt gut genug bist. Dass sie vielleicht sogar auf dich steht. All das wird dafür sorgen, dass du viel mehr einfach genau diese Bausteine siehst. Und dadurch fakest du. Dadurch fakest du das Selbstbewusstsein. Es glitzert hier, wenn ich meine Hand hebe, weil der Sonnenstrahl hier gerade genau an dieser Stelle reinkommt. Aber dadurch fakest du Selbstbewusstsein. Und weil du das fakest und dein Unterbewusstsein nicht weißt, ob du das gerade fakest, sondern einfach nur mitbekommst die ganze Zeit Informationen. Oh, wir sind ja selbstbewusst. Oh, wir sind ja selbstbewusst. Oh ja gut, dann bin ich selbstbewusst. Auf mal bist du es. Ja. Auf Mindset-Ebene funktioniert das. Ja. Nicht auf der Außen-Ebene. Richtig. Das ist der Punkt, wo du jetzt vielleicht sagst so, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Denn wenn ich so tue, als wäre ich selbstbewusst. Das merken ja andere. Das merke ich ja auch, wenn jemand das Schauspiel hat. Ja, das stimmt. Aber du denkst halt nicht weiter als das. Du denkst halt nur diesen einen kleinen Moment und dann hört dein Gedankengang auf und du sagst so, nee, mach ich nicht, funktioniert nicht. Nein, mein Lieber, denk mal weiter. Fake it till you make it bedeutet, du tust etwas, weil du dich, nee, nicht du tust etwas, weil du, sondern du tust etwas, obwohl du dich das nicht traust. Was ist die Folge dessen, dass du etwas tust, obwohl du dich das eigentlich gerade nicht traust? Die Folge ist, du bist mutig. Das ist die Definition von Mut. Und wenn du dann auch noch ein positives Ergebnis bekommst, was sich belohnt anfühlt, dann fühlst du dich danach umso besser. Du wirst selbstbewusst, dadurch, dass du ein gefaktes Selbstbewusstsein kurzzeitig verwendet hast, um dich zu etwas zu trauen, wozu du dich eigentlich nicht getraut hättest, das funktioniert ab und zu und krass, es hat funktioniert. Und dadurch gewinnst du echtes Selbstvertrauen. Nee, aber das ist die Folge. Das ist das, was halt die Menschen nicht verstehen, wenn sie sagen so, nee, 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 das mache ich nicht, das ist inauthentisch. Du bekommst Selbstvertrauen aus der Zukunft, wenn du dir jetzt schon in Vorleistung gehst und sagst, ich schenke jetzt erstmal Selbstvertrauen. Ich zeige jetzt erstmal, dass ich Selbstvertrauen habe, auch wenn ich es nicht spüre, mache ich es einfach und dadurch entsteht halt Selbstvertrauen. Das ist das Krasse. Das ist dieses, wenn wir dem Prozess vertrauen, dann kommt es auch zu uns zurück. Du sagst, Dominik, das ist nicht das Ziel, aber genauso ist ja auch die Kompetenzskala, die baut ja nicht aufeinander auf, die Kompetenzhierarchie meine ich. Die baut ja nicht aufeinander auf, indem du von Anfang an schon wusstest, was du tust, sondern am Anfang haben wir immer unbewusste Inkompetenz. Du kannst etwas nicht und weißt nicht, dass du es kannst. Später kommt dann die bewusste Inkompetenz. Du kannst es immer noch nicht, aber wenigstens bist du dir dessen jetzt bewusst. Drittens, du versuchst es, du machst es, aber es holpert. Du stolperst, genau, du probierst Dinge aus, die du vorher noch nicht gemacht hast, sei es in einem Coaching, weil du was lernst, weil du gerade irgendwas liest, weil du neue Dinge ausprobierst. Zum Beispiel auf flirtanalyse.de. Genau, da wirst du auf jeden Fall den dritten Schritt ein. In der Flirtanalyse sind wir sogar zuerst mal im zweiten Schritt, weil dann wird dir erstmal bewusst, was du bisher noch falsch gemacht hast und wo du noch Inkompetenzen hast. Und wenn du dir dessen dann bewusst bist, dann können wir sie auch gemeinsam angehen und dann kriegst du auch den Leitwaden dazu. So, dazu ist die Flirt-Typ- und Charisma-Analyse gut. So, hol dir einen Termin gerne unten in der Beschreibung. Aber was ist denn dieser dritte Schritt? Der ist, dass du jetzt bewusst, Entschuldigung, du wirst jetzt, nochmal von vorne, wir haben die unbewusste Inkompetenz, die bewusste Inkompetenz, dann die bewusste Kompetenz, Dankeschön, die bewusste Kompetenz, du probierst jetzt etwas, aber es ist noch sehr bewusst, du weißt, dass du es gerade probierst. Und das führt dann im letzten Schritt zur unbewussten Kompetenz. Erst dann machst du Dinge gut und es kommt aus dem FF, es ist ganz natürlich. Das ist der letzte Schritt. Aber um zu dem letzten Schritt zu gelangen, musst du durch die ersten drei Schritte durch, vor allem den dritten, wo du Dinge bewusst machst, obwohl du sie noch nicht so gut kannst. Das ist dieser Zwischenschritt, fake it till you make it. Das ist der und den kannst du nicht überspringen und sagen, ja, ich sollte es eigentlich jetzt schon können. Was für eine überhebliche Arroganz ist das denn, zu sagen, ich müsste es jetzt schon können? Nee, es gibt Dinge, die können wir einfach noch nicht. Die hat dir niemand beigebracht, die hast du dir noch nicht selber beigebracht, du konntest sie nicht überwinden. Keine Schande. Nee, es ist, also woher denn? Wenn du als Mann nicht gelernt hast, auf Frauen zuzugehen, stattdessen gelernt hast, dich zum Beispiel immer zurückzuhalten, also zum Beispiel das Gegenteil davon gelernt hast, auf Frauen zuzugehen, dann ist das nicht deine Schuld. Dafür kannst du nichts. Also das ist ja auch nicht so, dass jemand sagt so, du wirst jetzt 18 und sofort in der nächsten Sekunde sagen die Menschen, okay, wo ist dein Führerschein? Okay, kannst du 40 Tonner fahren? So, nee, musst du ja auch erst lernen. So, das ist vollkommen okay und viele von uns haben das einfach nicht gelernt. Also haben nicht gelernt, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein zu haben, also Vertrauen im Sinne von, das Selbstvertrauen im Sinne von, alles wird gut. So, ich mache halt hier und da Fehler, beziehungsweise ich kann halt auch keine Fehler machen, weil Fehler machen bedeutet, ich weiß, wie es richtig geht. So, alles andere ist eine Lernerfahrung. Und wollte ich gerade noch mal dazu addieren mit dem Punkt, natürlich wird es Momente geben, wo du halt dann Erfolg hast, wenn du zum Beispiel dann auch die Frau zugießt und so weiter, weil du dich gerade mal inauthentisch oder unauthentisch aus der Komfortzone begibst und dann die erweiterst. Und dann wird es Situationen geben, wo du dann mal Erfolg hast und auch mal nicht Erfolg hast. Vielleicht wird das erstmal so nur 10 Prozent der Zeit irgendwie erfolgreich, vielleicht 0 Prozent, aber du machst halt weiter. Ja, aber das Ding ist halt so und das ist ein universelles Gesetz. Kontext for Content. Dass du die Sache gemacht hast, ist wichtiger, als was dabei rauskommt. Kontext bedeutet, also Kontext bedeutet, dass du es gemacht hast. Der Content, der Inhalt bedeutet entsprechend, was dabei rauskommt. Und das kannst du mal selber für dich überprüfen. Was ist wichtiger? Dass du die Frau angesprochen hast oder ob sie Ja oder Nein gesagt hat. So, geh mal in dich. Was ist wichtiger? Was muss als erstes gemacht werden? Du musst sie erst ansprechen. Und das ist 80 Prozent des Weges schon. Und dabei ist dann egal. Also, wenn du davor Angst hast, besonders eine Frau anzusprechen und dein Herz pocht wie wild. Aber du sagst, heute ist der Zeitpunkt. Diese Frau, bei der Frau mache ich es jetzt, da gehe ich jetzt hin. Und du willst gerade losgehen. Und dann zögerst du nochmal. Und dann drehst du nochmal um. Und dann sagst du, nee, komm, ich mach das jetzt. Und dann gehst du da jetzt hin. Und dann gehst du da hin. Und dann sagst du, hey, ich habe dich gerade gesehen. In diesem Moment spürst du, wie Adrenalin durch deinen Körper schießt. Dich lebendiger fühlen lässt. Als ob du gerade das größte Mammut der Welt erlegt hast. Weil du das gerade gemacht hast. Und schön ist es natürlich, wenn sie sagt so, hey, voll cool, dass du mich angesprochen hast. Lass Nummer tauschen und heiraten und was auch immer dann das Ziel danach ist. Das wäre cool, aber egal, was sie sagt. Am Ende des Tages wirst du dann nach Hause gehen. Wirst du im Bett liegen und sagen so, boah, geil, ich habe die angesprochen. Obwohl ich so viel Angst hatte. Eine kleine Stimme in dir wird dann nagen und sagen, ja, aber sie hat nicht direkt gesagt, dass wir heiraten sollten. Und diese Stimme, die darfst du ignorieren. Also Kontext ist 20 Prozent. Content ist der Inhalt, was dabei rauskommt, ist 20 Prozent des Weges. Das ist nicht wichtig. Das ist Perfektionismus. Das ist all das, worüber wir auch gerade schon gesprochen haben. So, das ist halt dann wieder der Fokus auf die Angst statt auf die Liebe. Statt auf das, was du eigentlich erreichen möchtest. Im Sinne davon, dass du dir die Frage stellst, was will ich eigentlich? Was will ich wirklich? Will ich diese eine Frau kennenlernen? Ist jetzt diese eine Frau meine Messias? Und die erlöst mich von all dem Bösen in mir? Oder habe ich alles schon in mir, indem ich mich überwinde und gehe auf sie zu und fühle mich danach einfach extrem lebendig? Und als ob eine große Last von mir gefallen ist. Und jeder, der mal das erste Mal eine Frau angesprochen hat, obwohl er so viel Angst hatte, weiß, dass der Kontext viel wichtiger ist als der Content. Dass du es machst, ist wichtiger, als was dabei rauskommt. Das ist ja nicht nur beim Ansprechen. Also das geht wieder über alle Erfahrungslevel drüber. Universelles Gesetz. Ja, du hast gerade mit einer Frau angefangen zu schreiben, die du jetzt einmal getroffen hast. Und du fragst dich, ob sie dich wiedersehen will. Oder du warst schon auf einem Date. Und jetzt ist es ein bisschen, werden wir uns auf ein zweites Date wiedersehen? Oder war es das jetzt schon? Wenn du dir jetzt anfängst, Gedanken zu machen und du dann beim Schreiben mit ihr Dinge schreibst, nicht weil das gerade aus dem Moment heraus einfach ein natürlicher Ausdruck deiner Existenz ist, sondern weil du versuchst, etwas zu erreichen oder weil du versuchst, etwas zu vermeiden, nämlich dass sie dir absagt, dann bist du inauthentisch in dem Moment. Und zwangsweise, du wirst dich inauthentisch verhalten, du wirst komische Sachen schreiben, wo du dann später sagst, ja, hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Warum ist es dann dort wiederum okay, solche Leichtsinsfehler zu machen, dort inauthentisch zu sein, aber in diesen Vertrauensvorschuss zu gehen, in diesen emotionalen Vorschuss zu gehen und der Frau beim ersten Treffen schon ein bisschen klarer zu kommunizieren, dass du ein Mann bist und dass sie eine Frau ist und dass du, ja, auf sie stehst. Warum ist das dann das Problem? Ja, ja gut, ich will nicht irgendwie zu forsch sein oder so. Okay, aber dafür bist du jetzt später, du warst jetzt in dem Moment trotzdem inauthentisch. Okay, so du warst dann beim Date inauthentisch und dann bist du beim Schreiben auch noch inauthentisch. Also, die Menschen, die so einen Anspruch auf Authentizität haben, sind meistens die, die am inauthentischsten von allen sind, weil sie nach all diesen Regeln versuchen, sich ihre Persona so zu basteln, dass sie ja richtig ankommt bei anderen. Sie wollen also bloß nicht anderen auf die Füße treten oder sie wollen gut ankommen und sie wollen dieses Bild unbedingt von sich selber intakt halten, dass sie sich so schön gezeichnet und gemalt haben. Ich bin der Typ, der ehrlich ist, der authentisch ist, der nur das sagt, was er meint und so weiter. Und das... Ich bin der Typ, dem es so schwerfällt, einfach dann unauthentische Kommentare zu geben. Das bin ich einfach. Es ist das pure Ego. Ego ist dieser Begriff von dem Bild, was du dir über dich selber erschaffen hast. Ego, griechisch, ich. So, mehr ist es nicht. Es ist dein Ich, aber nicht dein wahres Ich, sondern das Bild, das du von deinem Ich gezeichnet hast. Es ist die Maske, die du anderen zeigst von dir. Das bist nicht du. Das ist dein Ego. Und das, wie wir denken, Ego wäre vielleicht irgendwas, weil aus irgendeinem Grund, durch Filme, durch Medien, wurde uns das so suggeriert, dass das Ego immer nur dann etwas Schlimmes ist, wenn jemand sehr arrogant ist und so tut, als wäre er der Boss und der größte Macker. Oh, der hat ein riesen Ego. Das ist aber nicht was... Das ist nur ein Teilaspekt von Ego. Auch du als Mensch, der Gutes bewirken will, hast wahrscheinlich ein riesen Ego, wenn du unbedingt dieses Selbstbildnis von einem guten Menschen, einem authentischen, ehrlichen Menschen unbedingt intakt halten willst und als Konsequenz dessen verdammt oft inauthentisch bist. Das ist auch dein Ego. Und das dürfen wir mal richtig in Frage stellen. Wie sehr bin ich eigentlich dieser Mensch, in dem ich glaube, zu sein? Wirklich, wirklich, in allen Augenblicken. Und meistens kriegen das die Menschen nicht hin. Meistens kriegen das die Männer nicht hin, auch mit denen ich rede. Erstmal, wenn ich ihnen den Spiegel vorhalte und ihnen ganz genau zeige, guck mal, da, 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 warst du da authentisch? Ja, nee, eigentlich nicht. Okay, so, was ist die Lektion daraus? Verdammt, Andi, du hast recht. Das sind die Gespräche, die wir dann im Coaching haben, aber meistens haben wir diesen Reality-Check nicht. Andere Leute geben uns den nicht. Und es braucht halt dieses vertrauensvolle Ambiente, in dem du dich zeigen kannst, wie du wirklich bist, gesehen wirst und dann eben auch das Feedback bekommst, das du so dringend brauchst. Weil ansonsten siehst du das nicht. Das ist ein toter Winkel in deinem Rückspiegel. Woher willst du das halt auch sehen? Weil du schaust halt die ganze Zeit dein Leben lang durch deine Augen. Das ist die alte Metapher von, du bist Marmelade im Glas. Und du weißt halt aber nicht, welche Marmelade du bist, weil du halt im Glas bist. Du kannst nicht auf dein Etikett schauen. Wir brauchen jemand anderen, der da drauf schaut. Wir brauchen jemanden, der die Vogelperspektive hat. Und das ist auch keine Schande, das ist nichts, wofür wir uns schämen sollten. Also das ist halt eher etwas, was wir haben möchten. Wir möchten, dass jemand, dem wir vertrauen, der vielleicht an einem Punkt ist, wo wir gerne sein möchten, uns genau dieses Feedback gibt, um uns unter anderem Zeit zu ersparen, Leid zu ersparen. Oder uns vielleicht genau in die, und das ist jetzt ein bisschen kontrovers, aber genau in die leidvollen Situationen schubst, die wir eigentlich schon die ganze Zeit vermeiden. Manchmal müssen wir einen gewissen Schmerz erfahren, damit wir aufhören, irgendwie auf Halbgas zu laufen. Damit wir aufhören, irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit halben Herzen in der Liebe, im Vertrauen zu sein, aber dann doch so mit halben Herzen dann immer noch in der Angst zu sein und im Misstrauen und in der Kontrolle. Das sind Dinge, auf die kommst du halt sehr wahrscheinlich selber nicht. Also wir tun jetzt hier im Podcast unser Bestes, um da Situationen, um dir Situationen zu malen, in denen du dich wiederfinden kannst. Und wenn da schon etwas ist, also wenn du dich halt schon angesprochen fühlst, dann nochmal die Erinnerung daran. Also wenn du dich angesprochen fühlst, in einigen Situationen, dann meinen wir dich auch. So, wir reden jetzt, ich rede jetzt mit dir, wenn du dich angesprochen fühlst. Ja, dich. Und du gehst dafür dann auf flirtanalyse.de, wenn du das lösen möchtest. Wenn nicht, dann ist das auch okay. Wir sind damit völlig fein. Wenn du das lösen möchtest, mit unserer Hilfe, herzlich gerne. Sehr, sehr gerne. Sind wir gerne für dich da und gehen mehr als die extra Meile mit dir, damit du dein Ziel auch erreichst. Aber das ist eben genau das Ding, das Ego. Das Ego hält an allem fest, was es nicht kennt. Aus Angst. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Es hält an Dingen, an Identitäten, die wir uns selber schaffen, fest, weil eine Identität ein Konstrukt ist, wodurch wir einfach eine Gewohnheit in unserem Kopf haben, nach der wir handeln. Ich bin ja derjenige, dem es einfach schwerfällt, auf Frauen zuzugehen. Ja, okay. Dann, wenn ich dieserjenige bin, wenn ich der bin, dem es schwerfällt, auf Frauen zuzugehen, was mache ich dann? Dann, ah okay, dann fällt es mir schwer, auf Frauen zuzugehen. Dann verhalte ich mich genauso. Und dann ziehe ich mein Stolz daraus, dass ich mich so verhalte. So blöd es auch klingt. Wenn ich dann entgegen meiner Identität handeln würde, dann fühlt sich das nicht gut an. Das kannst du mal überprüfen, wenn du hast eine politische Meinung und dein bester Freund oder jemand auf der Straße wählt eine andere politische Richtung. Dann kannst du mal fühlen, wie sich das anfühlt, wenn du deine Identität mal in Frage gestellt bekommst. Die Menge an Mist, an absolutem Pferdisches, den wir uns jeden Tag selber sagen, um uns selber klein zu halten, um unser Selbstbewusstsein schön unten am Boden zu halten, dort, wo irgendwelche Figuren von außen unserer Kindheit uns haben wollten, weil wir aus der Reihe getanzt sind. Dieses Level wollen wir so krampfhaft unten halten und ja nicht wachsen, ja nicht der charismatische, authentische, selbstbewusste, freie und unabhängige und liebevolle Mann zu werden. Das wollen wir so unten halten, dass wir uns den ganzen Tag lang mit Bullshit selber belügen, was du gerade zum Beispiel auch gesagt hast. Dieses typische, ich bin nicht der Mann, der einfach so auf Frauen zugehen kann. Ah, interessant. Warum konntest du es dann vorgestern? Warum hast du dann, ich sehe diese Situationen nonstop, nonstop rede ich mit Männern in der Charisma-Analyse, nonstop rede ich mit Männern bei uns im Coaching, ich begleite Männer nach draußen. Wir haben ständig, ständig, müssen wir die Männer immer wieder erinnern an diese selbstbewusstseinszerstörende Sprache, die sie verwenden. Und das ist eine Gewohnheitssache. Deswegen bei uns das Coaching ist auch nicht einfach nur mal so ein Wochenende und ein Tschüss, du bist auch nicht alleine gestellt, sondern du bist halt mindestens drei Monate mit uns sehr intensiv zusammenarbeiten, weil wir hier über neue Gewohnheiten sprechen. Die Gewohnheiten machen den Mann, was du kontinuierlich tust, dazu wirst du. Und nicht einfach nur die Maske, sondern das ist dann dein wahres Ich. Das ist dann frei, unabhängig. Und jeden Tag höre ich, wenn ich mir unsere Berichte von unseren Männern anschaue, immer wieder so kleine, selbstzerstörerische Lügen, die unterbewusst passieren, aber die sie einfach so rausplappern. Ja, da war ich wahrscheinlich mal wieder zu nett. Ja, ich bin halt so der nette Typ. Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Sprache ist so machtvoll. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir da von uns geben. Weil was wir sagen, damit füttern wir ja auch gleichzeitig unser Gehirn. Jedes Mal, wenn du sprichst, hast du ein Publikum, was im Plural anwesend ist. Es ist nämlich nicht nur die Person vor dir anwesend oder die mehreren Personen vor dir, mit denen du redest, sondern du bist auch anwesend. Du sagst es auch dir selber. Du redest es dir selber auch ein. Also wenn du sagst, ich bin halt der Typ, der kann nicht gut auf Frauen zugehen, im schlimmsten Fall, obwohl du es gerade dir selber bewiesen hast, dass du es gekonnt hast, dass du es gekonnt hast und dann redest du es dir wieder ein, dass du aber nicht der Typ bist, der das nicht kann. Selbstzerstörerischer kannst du nicht mit dir selber umgehen. Du versagst dir selber deine Kompetenzen und richtig traurig ist es eben, wenn du sie schon längst unter Beweis gestellt hast. So häufig passiert das. Und dann spreche ich mit Männern, die im Supermarkt mit einer Frau geflirtet haben, gequatscht haben und dann einfach so locker, ich habe gerade erst letzte Woche ein Gespräch gehabt mit einem unserer Teilnehmer. Mega cooles Gespräch mit einer Frau gehabt im Supermarkt, locker, geil. Dann haben die miteinander geflirtet, haben Nummern ausgetauscht, haben sich auf ein Date verabredet, sind auf ein Date gegangen und er sagt mir, ich weiß nicht, wo ich Frauen kennenlernen soll. Wie bitte? Was hast du denn gerade geschafft? Du hast etwas geschafft, was wenn du es anderen Leuten erzählst, dann glauben sie dir nicht, weil es so krass ist. Wie kann das sein, dass du dann noch sagst, wo soll ich noch Frauen kennenlernen? Und dann geht das immer den Männern wieder, ja gut, stimmt, ja eigentlich, ja krass, stimmt eigentlich. Das ist, weil wir von neuen Gewohnheiten reden. Dein altes Ego sofort. Das Ego willst du halt nicht. Exakt, exakt. Das ist es, Dominik. Das Ego ist halt es so gewohnt, dich unten zu halten, dass es sich selber dann so Nonsens zuredet und es kommt dann aus deinem Mund raus und da darfst du erkennen, nein, 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 ich habe das schon unter Beweis gestellt. Wenn ich das einmal gekonnt habe, dann kann ich es, dann habe ich das Potenzial, das auch wiederzumachen. Also lasse ich mir das jetzt nicht kaputt reden, ich kann es. Ich kann es. Okay, vielleicht hatte ich da einen Glücksgriff, weil irgendwelche äußerlichen Attribute dazu förderlich waren, dass ich es konnte. Vielleicht. Ja, lass mich doch herausfinden, welche Attribute sind das. Kann ich das replizieren? Liegt es nur an der Übung? Liegt es an meinem Gemütszustand, an dem Tag? Lass mich herausfinden, wie ich das wieder hinkriege. Denn ich habe es schon mal hinbekommen. Ich kann es. Wie oft redest du so mit dir? Eher selten, oder? So. Und genau da, da dürfen wir unser Ego einmal wirklich vor dem Spiegel halten und sagen, mein Lieber, erstens mal, diese Maske brauche ich nicht mehr. Es sei denn, ich nutze sie zu meinen Gunsten und ich sage mir eben selbstbewusstseinsförderliche Dinge, die ich vielleicht in dem Moment nicht glaube, dann ja. Hell yeah. Dann fake it till you make it. Dann sag dir, ich kann das, auch wenn du es noch nie konntest. Ich weiß jetzt, was ich sagen werde. Ich gehe einfach mal auf sie zu. Ich kriege das schon irgendwie hin. Und dann gehst du auf sie zu und krass, auf einmal hast du ein Gespräch. Dann super, nutze es. Aber wenn es, wenn es, wenn es nicht funktioniert, dann leg es ab. Das Ego ist ein Instrument, aber die meisten von uns nutzen es nicht als Instrument. Sie sind Sklave ihres Egos. Wenn du dir bewusst bist, dass du es auch für dich nutzen kannst, dann kannst du es in gewissen Momenten für dich benutzen, um dich zu trauen, um dir selber einen Kick zu geben. Manche von uns, die brauchen ein bisschen härtere Worte, die sagen dann, auf geht's, komm, sei kein Weichei, los, Andi, du kannst das. Okay, dann nutzt das als Instrument, um dich in die Pötte zu bringen. Aber sobald du dann in den Pötten bringst, in die Pötte gekommen bist, dann darfst du dich nicht ständig fertig machen. Das ergibt auch keinen Sinn, weil dann benutzt du ständig wieder Selbstbewusstsein, zerstörerische Sprache und du wächst nicht. Du denkst die ganze Zeit, ich bin kein Deut weitergekommen. Das ist nicht gut. Feilen und feiern. Das ist das Konzept, mein Lieber. Feilen heißt immer wieder dich selber verbessern. Verbessern. Die Reise hört nie auf. Aber wir dürfen uns auch feiern. Und das ist auch ein komplett wichtiger Aspekt dieser Entwicklung. Denn wenn du nur feilst, 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 dann wirst du irgendwann total müde und du hast keinen Bock mehr zu feilen, weil du halt dich selber ständig fertig machst. Ich bin noch nicht gut genug, ich kann das noch nicht, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht so weit. Nee, das stimmt einfach nicht. Feile an dir und dann feier, dass du an dir gefeilt hast. Feier, dass du sogar vielleicht was geschafft hast. Feier den neuen Mann, der du geworden bist. Da kannst du wieder dran feilen. Wenn es nur der kleinste Schritt ist. Wir feiern halt zu wenig. Das ist so unterschätzt, das Feiern. Selbst wenn es nur wirklich ein kleiner Schritt war. Nehmen wir mal nicht das Thema Frauen, sondern das Thema, du willst ein bisschen mehr Sport machen. und du legst schon am Abend vorher in deine Sportkleidung zurecht, damit du morgens direkt nach dem Aufstehen rausgehen kannst zum Joggen. Dann kannst du dich dafür schon feiern. Dann feierst du dich als nächstes dafür, dass du halt wenigstens kurz rausgegangen bist und von mir aus drei Minuten gejoggt bist. Irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Das ist okay. Und dann feierst du dich dafür, statt zu sagen, ja, okay, fuck, ich bin jetzt schon so alt, in diesem Alter können andere fünf Kilometer in was auch immer in dieser Zeit laufen oder so. Darauf kannst du dich konzentrieren, selbstwertzerstörerisch oder du feierst dich selbstwertförderlich, weil dein Unterbewusstsein ist ein vierjähriges Kind. Und jetzt stell dir mal vor, du hast ein vierjähriges Kind zu Hause und vielleicht hast du das auch und das räumt gerade sein Zimmer auf und du sagst so, ja, okay, da ist halt noch ein bisschen Dreck. Oder hier liegen noch ein paar Spielsachen auf dem Boden. Das ist nicht so geil, oder? Das ist selbstwertzerstörerisch. Oder jetzt stell dir vor, das Kind räumt sein Zimmer auf und du gibst kein Kommentar dazu ab. Das wäre halt zumindest neutral. Das Kind weiß da nicht, gut oder schlecht, keine Ahnung, ich versuch's vielleicht nochmal. Im besten Fall. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das Kind räumt von sich aufs Zimmer auf und du sagst, boah, das hast du alles gemacht, das ist ja der Wahnsinn, guck mal, wie schön das hier ist. Was glaubst du, wie oft das Kind jetzt sein Zimmer aufräumen wird? Und dein Unterbewusstsein ist genauso. Wenn du das feierst, die kleinsten Erfolge, natürlich auch die großen, dann kannst du davon ausgehen, dass du süchtig danach wirst. Das ist gut. Und dann machst du es nochmal. Und dann machst du mehr. Sehr gut. Wir sind da echt wie Hunde. Also wir unterliegen alle einer pavlovschen Konditionierung. Das ist ganz einfach. Wenn du mehr von etwas willst, dann lob es. Und wenn du weniger von etwas willst, dann kritisier es. Und wenn du dich selber ständig kaputt machst, kritisierst und sagst, ich kann das nicht, ich kann dies nicht, ich bin da nicht gut drin, dann wirst du es auch nicht besser können. Dann wirst du sogar immer schlechter werden, weil du immer mehr dieser Lüge glaubst. Wenn du dich schon belügst, dann belüge dich doch bitte wenigstens für etwas, was dich zum Wachsen bringt und dir was bringt. Wie dumm ist das denn, dass wir uns selber belügen bei etwas, was uns nicht hilft. So, wir sind schon inauthentisch. Wir belügen uns sowieso schon den ganzen Tag. Dann lass uns doch wenigstens selber belügen und sagen, ich kann das. Wo ist da hier wirklich, liebe Moralapostel, wo ist jetzt hier mein Vergehen? Wo mache ich da jetzt irgendwas Verwerfliches? Es ist doch zu einem guten Zweck für mich und für andere. Es ist Win-Win. Dieser Anspruch an Perfektion, mehr ist es nicht, es ist Perfektionismus. Dieses, ich muss es so gut können und ich hätte es schon immer können müssen, mit mir stimmt was nicht, ich bin falsch geboren worden, die anderen kriegen das hin, nur ich nicht. Ich muss das aber trotzdem irgendwie können, ist, ist total verrückt, finde ich. Also, Irrsinn, Irrsinn, absoluter Irrsinn, so einen Anspruch an sich selber zu haben und dann auch noch so hart mit dir zu sein, dass du die kleinsten Gewinne nicht anerkennst und auch die größten Gewinne nicht anerkennst. Ja, war ganz cool, aber naja, erzählt nicht. Absoluter Irrsinn, absoluter Irrsinn. Traurig. Nur weil das eine, so die eine Interpretation, die selbstwertzerstörerische, die negative Interpretation sich so richtig anfühlt, weil sie so negativ ist, ist sie jetzt wahr? Nur weil sie einfach so einen emotionalen Eindruck auf dich hat, den du kennst. Unser Gehirn, unser Ego vielmehr, mag das Bekannte. Und wenn du dir die ganze Zeit einredest, dass du nicht gut genug bist, dass du dies und das wieder verhauen hast, dass du einen Fehler gemacht hast, dass du generell fehlerhaft bist, dass du generell nicht gut genug bist. Wenn das deine Go-To-Strategie ist, Dinge zu sehen, die du angehst, dann ist das bekannt und dann fühlt sich das bekannt an und dann fühlt sich das an wie, das ist ja die Realität. Aber wenn zwei Menschen eine Sache sehen, dann sehen zwei Menschen zwei verschiedene Sachen. Du kennst vielleicht dieses Bild von diese Karikatur von zwei Menschen, die auf den Boden schauen, da ist eine Zahl, also da ist halt so aus der einen Perspektive eine neun und aus der anderen Perspektive eine sechs. Genauso. Genauso. Du hast deine Realität, Andi hat seine Realität, ich habe meine Realität. Wir haben alle recht. Und ja, genau, in unserer Realität haben wir alle recht. Und jetzt ist halt die Frage, wem geht es besser? Genau. Wem geht es besser mit dem Resultat? Also angenommen, wir alle drei, du, Andi und ich, wir gehen jeweils von mir aus die gleiche Frau zu und die gleiche Frau gibt uns einen Korb. An der gleichen Härte von mir aus. Was auch immer das in deiner Welt ist. So wie du die Sache siehst, hast du recht. So wie ich die Sache sehe, habe ich recht. So wie Andi die Sache sieht, hat er recht. Und ich kann die Hand auch für Andi ins Feuer legen. Uns beiden geht es am Ende, also geht es danach besser als wahrscheinlich dir. Damit will ich nicht sagen, dass du schlecht bist, was auch immer, oder nicht gut genug bist, oder, oder, oder. Damit will ich sagen, das ist wahrscheinlich deine Realität. Wenn du denkst, oh Gott, Korb ist ganz, ganz schlimm, Korb wird mir wehtun, und so weiter. Das ist deine Realität, die dich davon abhält, den nächsten Schritt zu gehen. Es ist alles Gewohnheit, Jungs. Es ist Gewohnheit, Gewohnheit, Gewohnheit. Und da kannst du, da kannst du jedes Video von mir anschauen online. Also immer, wenn ich mit Frauen rede, da gibt es ja einige Videos, ich habe 53 Frauen nach einem Date gefragt, und das ist passiert. Kannst du googeln, wie ich da den Kurs innerhalb von 10 Sekunden von der einen Frau bekomme. Wenn ich sie anspreche, ist nochmal ein anderes Video, oder wo ich Komplimente verteile. Du kannst überall sehen, dass ich das mittlerweile extrem authentisch mache, weil ich an der vierten Stufe angekommen bin, also der unbewussten Kompetenz. Ich rede nicht davon, dass ich die alle rumkriege. Das ist mir scheißegal. Das ist nicht das Ziel. Ich rede davon, was passiert, wenn ich einen Korb bekomme. Was passiert, wenn es in Anführungsstrichen peinlich ist. Was mache ich dann? Darauf musst du achten, mein Lieber. Alle gucken immer auf das ganze Fleischige, boah krass, und dann hat die so reagiert, boah, das ist ja krass und ich hätte es nicht gekonnt, bla 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 bla. Ja, warum hättest du das nicht gekonnt? Weil du es dir a, einredest und b, weil du nicht auf diese Momente achtest. Die Momente, die eigentlich peinlich sind für Normalos und die Momente, die für mich vielleicht beschämend sein könnten, das sind die Momente, wo ich direkt anfange zu lachen, was Positives sage, stehen bleibe, nicke, die Hände in die Hüften lege und stolz bin. Auch zu Beginn des Videos. Auch zu Beginn zum Beispiel des 53-Frauen-Videos. Wie du auch am Anfang sagst, wo du da eine gewisse Form von Sozialphobie hattest. Oh Gott, da sind jetzt Leute. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet, so in dem Tenor. Und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Und die Frage ist halt so, was machst du daraus? Also jetzt nicht du, Andi, sondern du als Hürrer. Was machst du daraus? Also aus diesem erst mal okay damit sein, dass du dich gerade so fühlst und dann aufwärmen. Und dann sprichst du einfach mit den ersten Menschen. Ja, richtig. Aber Moment mal. Ich habe mich nicht okay damit gefühlt. Das ist ja, was ich meine. Es ist diese Gewohnheit, dass ich mich in dem Moment, wo ich mich nicht okay fühle, weil es ist auch für mich peinlich oder beschämend oder komisch, aber ich fake es. Ich fake es, dass ich in dem Moment selbstbewusst bin oder dass ich es lustig finde oder dass ich es lustig finde und ich zwinge den Moment zu meinen Gunsten. Ich werde dann in diesem Moment dann einfach lächeln oder lachen oder was Witziges finden. Ich stelle mir immer unterbewusst die Frage, das ist halt eine Gewohnheit, die mittlerweile einfach aus dem FF kommt und die sorgt dann innerhalb von wenigen Sekunden oder Sekundenbruchteilen dazu, dass ich tatsächlich locker und selbstbewusst bin. Aber der erste Impuls ist erst mal gefakt. So, ey, komm, erst mal lachen. Was war witzig daran? Oh Mann, ey, das kann doch, ey, das kann nur im Film passieren, sowas, was gerade war krass. Oder, oh, Alter, da bin ich richtig krass auf die Schnauze geflogen. Nice. Und dann sage ich mir selber, das ist Galgenhumor, ich sage mir selber, was daran witzig war. Das ist die Frage, die du immer stellen darfst. So, was war daran witzig oder lehrreich? Selbstbewusstseins förderlich. Und da fake ich das. Jungs, da fake ich das. Es ist keine Scham. Auch heute noch. Der erste Impuls, der ist manchmal vielleicht schon sogar so nah dran an der Realität, dass man nicht mehr sagen kann, dass ich es fake. Aber oft genug ist das immer noch. Der erste Impuls. Faken. Erst mal faken. Erst mal lachen. Und dann durch das Lachen weckt mein Körper die humorvollen Adern erst auf und dann findet mein Körper es erst recht lustig. Verstehst du? Das ist aber erst mal meine verdammte Entscheidung, dass ich es lustig finden werde. Ich bin nicht der lockerste, coolste Typ, der das so, boah, ja, 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 ist alles in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich habe mir das erarbeitet und in jedem dieser kleinen Augenblicke mache ich etwas für mich. Ich werde anfangen, darüber zu lachen, wenn ich gerade einen krassen Korb bekommen habe, weil ich weiß, dass wenn ich darüber lache, dass ich dann mein Selbstbewusstsein sich steigern wird und ich bei der nächsten Situation selbstbewusster sein werde und nicht zerstörter, sondern lockerer. Und das sind Gewohnheiten, 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 Gewohnheiten. Bitte. Fake it till you make it ist einer meiner wichtigsten Ratschläge und den dürfen uns alle viel mehr zu Herzen nehmen und diesen Anspruch auf Authentizität einmal komplett hinterfragen. Ich hoffe, das ergibt jetzt mehr Sinn, was wir am Anfang der Folge gesagt haben. flirtanalyse.de Trag dich ein und dann sprechen wir bald miteinander und dann geht es für dich auch dann Schritt für Schritt los und du kannst diesen Sommer noch dazu nutzen, ganz, ganz tolle Geschichten mit Frauen zu schreiben. Schöne Kapitel, ja man, die sich lohnen, wo du dann wirklich auch mal mit einem Lächeln zurückblicken kannst und das Lächeln kommt dann authentisch, wenn du sagst, Alter, was habe ich für eine krasse Sache gemacht, das kann sich sonst niemand trauen und ich habe es einfach aus dem Nichts erschaffen und jetzt liege ich hier und wir kuscheln und das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich mich nicht dazu überwunden hätte. Der erste Schritt, der beginnt immer mit der Entscheidung. Was passiert jetzt? Also mein Lieber, ich hoffe, du entscheidest dich für den richtigen Weg. Wir freuen uns auf deine tollen Geschichten, die du mit Sicherheit auch erleben wirst. Erzähl uns welche, du kannst gerne hier im Kommentarfeld erzählen, was dir geholfen hat an der Folge oder grundsätzlich an dem Podcast. Das freut mich immer, so ein Feedback zu hören und ja, wie Dominik gesagt hat, wir freuen uns natürlich auch auf unser gemeinsames Gespräch dann, wenn du dich bei uns meldest. So, bis zur nächsten Woche. Falls du Auto fährst, dann bitte bleib uns alle noch lange erhalten, indem du vorsichtig fährst.